Kommen wir zur Erbschaftssteuer gleich, um konkret bei einer dieser Steuern bleiben. Das ist ja eine Möglichkeit der Umverteilung, nämlich Steuern auf der einen Seite einführen und auf der anderen Seite möglicherweise Entlastungen einführen. Eine Möglichkeit eben der Umverteilung und unter den drei großen Parteien, ÖVP, SPÖ, FPÖ, die da zur Wahl antreten, ist die SPÖ jetzt die einzige, die mit Steuerideen in die Wahl geht. Bleiben wir bei der Erbschaftssteuer ab einer Million Euro. So, da meinen Kritiker, dass ja all das Vermögen, dass sich jemand möglicherweise durch so harte Arbeit, wie Sie das jetzt von Ihren Eltern geschildert haben, versteuert zu diesem Vermögen gemacht hat. Und dann würde es wieder besteuert werden im Todesfall. Im Übergang. Aber man muss ganz klar Folgendes sagen. Wenn Sie ein Durchschnittseinkommen nehmen, dann ist es so, dass jemand achtmal auf die Welt kommen müsste und hart arbeiten müsste, um den Startnachteil zu kompensieren, den er gegenüber jemand hat, der eine Million Euro erbt. Und da bin ich der Meinung, das ist nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung, weil das bringt unsere Gesellschaft immer weiter auseinander. Und ich bin ja nicht der Meinung, dass die Leute völlig enteignet werden, sondern sie sollen einen Beitrag zahlen, damit wir in der Gemeinschaft die notwendige Infrastruktur, ein besseres Gesundheitssystem, mehr Lehrer, mehr Polizisten auf der Straße finanzieren können. Also Erbschaftssteuern ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch eine Gegenfinanzierungsfrage, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Und da möchte ich auf einen Punkt kommen, wie die Erbschaftssteuer im Jahr 2007, als sie nicht aus politischen Gründen, sondern aus rechtlichen Gründen vom VfGH abgeschafft und aufgehoben wurde, wie die damals ausgesehen hat. Da hat es nämlich im Jahr 2007 24 Fälle von Erbschaften über einer Million Euro gegeben. Die haben insgesamt dann dem Finanzminister in etwa knapp 10 Millionen Euro gebracht. Sie veranschlagen das, also die SPÖ veranschlagt das immer mit 500 Millionen Euro, die da zur Gegenfinanzierung dann zur Verfügung stünden. Wie kommen Sie auf diese Rechnung? Völlig zu Recht, weil wenn Sie die Erbschaftssteuer damals mit unserem Vorschlag vergleichen, damals ist bei Immobilien und Grundbesitz der Einheitswert genommen, wir schlagen vor, die Marktwerte zu nehmen. Das ist ein Riesengap von einem Vielfachen, das war damals ein Punkt, und Finanzvermögen waren ausgenommen. Die würden wir jetzt inkludieren, und damit würde dieses Aufkommen entstehen, das wir da berechnet haben. Aber darf ich noch einen Punkt sagen, weil Sie gesagt haben, wir sind die Einzigen, die einen Vorschlag machen. Wir haben vorgeschlagen, Steuersenkungen insgesamt im Ausmaß von 5 Milliarden vorzunehmen, weil wir glauben, das funktioniert, und darüber hinaus Investitionen in Gesundheit, in Bildung, in Sicherheit vorzunehmen, und in den Ausbau von Ganztageskinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben uns hingestellt und gesagt, wir machen das ganz ehrlich und sagen auch, wie wir das finanzieren wollen. Jetzt haben wir festgestellt, es gibt andere Parteien, die sagen 12 Milliarden, 14 Milliarden, 19 Milliarden. Da bin ich der Meinung, warum nicht 28? Da müsste man die gesamte Einkommens- und Lohnsteuer nicht mehr mehr zahlen. Das wäre doch angenehm für uns alle. Wie wir dann allerdings Straßen, Krankenhäuser und unsere Schulen finanzieren, müssten wir dann nicht mehr. Was wir getan haben, ist, wir sagen, wir wollen ernsthafte Politik machen, seriöse Vorschläge, und deshalb haben wir das so vorgeschlagen.